Der Mensch hat viele Symbole erfunden. Mehr als es Vögel gibt. Viele davon sind Vögel, wie zum Beispiel die Taube. Zeichen für Liebe, Fruchtbarkeit, Frieden, ein Glück-Symbol. Die Taube ist kein Glück-Symbol. Sie ist eine Ratte, die dreht dreckig und grau auf Dächeln und aus Müllerland. Sie ist die Ratte des 21. Jahrhunderts, die Ratte der Lüfte. Und wie jede Ratte trägt sie Krankheiten. Sie sind die Ratte der Lüfte. Sie sind die Ratte. Sie sind die Ratte der Lüfte. Der Züge ist die Ratte. Sie sind die Ratte. Vielen Dank.